Rabatt! Komm nach Schwarzfang in die Mühle. Das soll dein Schad nicht sein. Ich bin der Meister. Und was soll ich dich lehren? Das Mülle? Oder auch alles andere? Das andere auch. Schlag ein! Die Mühle. Nun malt sie wieder. Ich bin Ulrich. Und ich spiele in der Inszenierung Krabat, Tonda, den Altgesellen. Ich gehe mit Krabat in der Osternacht an einen geheimnisvollen Ort. Bäumelstod. Da ist einmal ein Mann namens Bäumel ums Leben gekommen. Beim Holzfällen, wie man sagt. Warum wir da sind? Weil der Meister es so verlangt. Wir müssen die Osternacht unter freiem Himmel verbringen. Je zwei miteinander. An einem Ort, wo ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist. Was wir da machen? Wir wachen unter dem Holzkreuz, bis der Morgen kommt. An einem Feuer. Wenn der Tag anbricht, werden wir uns mit dem Mahl versehen. Einer der anderen. Den drohenden Fuß. Den kennst du wohl. Das ist das Mahl. Versuch's mal nachzuziehen. Und bleib gesund. Mit dem Land, den sie aufpassen. Der gesperrt. Der glüht. Der glüht. Behörde. Gib mir meine Gurschen heraus. Deinen Gurschen? Ich kenn ihn nicht. Es ist aber, den ich liebe.